Servus, hier ist der Jack von der Pasto Gaming Gruppe und ich bin auf dem Weg nach Köln. Ja, ich habe gestern Nacht nochmal auf Ebay ein Ticket ersteigert, eines der letzten. Und ja, ich hoffe, dass man euch einen schönen Tag hat und hier vielleicht auch ein Video dazu. Da ich so Vlogs ehrlich gesagt gar nicht oder nicht so oft mache, tue ich mir hier ein bisschen schwer. Aber ich möchte am Ende des Videos noch ein bisschen was dazu sagen, was jetzt so die nächsten paar Wochen kommt. Okay, gut, dann wünsche ich euch viel Spaß beim Video und wir sehen uns. Servus. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Ja, also Gamescom war voll geil. Das hat mich ein bisschen überrascht, wie cool das war eigentlich. Ich habe ein paar Notizen gemacht, die ich natürlich jetzt auch nicht mehr weiß. Wo war ich denn überall? Ich habe mir Titanfall angeschaut, das war ziemlich cool. Ich bin Zweiter geworden, da bin ich ein bisschen stolz drauf gewesen. Ich bin mir eigentlich sicher, dass wir da später auch mal ein Let's Play draus haben, aber dazu komme ich zum Schluss nochmal. Dann war ich beim Indie-Boof und das hat mich richtig weggehauen, weil als ich das erste Mal beim Indie-Boof war, da war es irgendwie so ein paar Stände, so fünf Stände waren das ungefähr. Und heute, das war ja mega hart, wie viele Stände da eigentlich waren. Also, schaut es euch an. Jetzt kommt hier gerade wieder eine Delegation durch, aber die müssen sich eigentlich bekannt sein. Also, hier ist die Eingang zur Business Area, da kommen lauter Leute durch, die anscheinend bekannt sind. Da war auch vorhin Sarazan da, mit so einer riesigen Delegation und fünf Bodyguards. Das war eigentlich total lustig. Der Münchner Spieleentwickler war auch hier mit der Exile, das habe ich angespielt, zum ersten Mal gespielt, auch wenn ich die Entwicklung da eigentlich schon ein bisschen länger verfolge. Ich habe es zum ersten Mal gespielt, das hat eigentlich richtig Spaß gemacht, das könnte ich mir eigentlich relativ gut vorstellen, dass wir das dann auch quasi das Gemeinschaftsprojekt da mit den anderen mal machen. Das dürfte eher auch nicht so viel kosten. Und so viele Autos. Absolute Überraschungshit war hier Dreadnought und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Also, cool, ich bin so ein paar Mal durch den Stand gelaufen und es sah aus wie so ein Raumschiff, also der Stand dann selber. Und ich bin da ein bisschen rumgelaufen, habe mich dann entschieden, mich doch anzustellen. Auf einmal sind Leute auf mich zukommen und gefragt, hey, willst du hier nicht mitspielen? So, ja, machen wir mal. Und haben sie mich in so einen Exclusive-Bereich eingeladen und dann konnte ich da mit so ein paar Pros oder ein paar Streamern, ich weiß nicht, ob die bekannt waren, keine Ahnung. Aber die waren zwar auch gut, ich war voll schlecht, ich war mit der Letzte und dann haben sie mir ein bisschen was gehäumt, ein bisschen gezeigt und dann habe ich da so über die Schulter geguckt und dann habe ich es auf den zweiten Platz geschafft. Da war ich auch wieder sehr stolz auf mich. Das war ein so geiles Spiel, das sind so Raumschiffe und du kannst andere Raumschiffe aufgehen, Alter, da sind so Riesendinger, das war so cool. So, wie geht es weiter? Also, ich habe jetzt eine Menge Freizeit, weil ich Urlaub habe. Und ich will auf jeden Fall mein Fallout-Video wieder reaktivieren. Ich musste da einen Break machen, weil ich hatte private und gesundheitliche Probleme, die jetzt zum Glück auf den Weg geräumt sind. Das heißt, Fallout wird auf jeden Fall wieder kommen. Müssen wir nicht hier unten rein, Mann? Ja, also Fallout wird auf jeden Fall wieder kommen und was auch ich noch gerne anzocken würde, ist dann No Man's Sky und eigentlich schon fast hier alle Titel, die wir jetzt hier heute auch gesehen haben. Der Exile will ich auf jeden Fall spielen. Ich will Titanfall mit euch spielen und ich will auf jeden Fall das Stratmark mit euch spielen. Das sind zwar ein paar Multiplayer-Titel, aber das kriegen wir auf jeden Fall hin. Also, ich bedanke mich an der Stelle mal fürs Zuschauen. Ich hoffe, der erste Reloog der Apache Gaming-Gruppe hat euch gefallen. Ich bin der Jack und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Servus! Funksionsvertretung